Na gut, hier geht es wohl, naja, in ein schon etwas zielstrebigeres Spiel, denn Newcastle United ist mit einem Sieg und einem Unentschieden auf Platz 5. Wir sind im Gegensatz mit zwei Niederlagen am vorletzten Platz, ja. Ich glaube, die Saison hat nicht so begonnen, wie das alle hier wollen würden, hier in Exeter City. Wir wussten diese Zeit, also ich wusste es, es kommt diese Zeit, wo dieser Erfolg nicht mehr so da ist, ja. Dass es jetzt genau nach so einer Phase ist, wo man jetzt dreimal aufgestiegen ist, okay, ist so, ja. Wir werden diese Krise überleben, wir werden um diesen Abstiegskämpfen. Es sind erst zwei Runden gespielt, noch ist nichts verloren, sage ich jetzt nochmal, und noch ist nichts gewonnen. Klar ist, das ist schon mal eine gute Fahrschlussposition, die wir hier rausspielen. Die ein Sonn auch sicher treten kann. Und getreten hat. Man muss auch sagen, keiner kennt hier die Programme League. Bis auf... Na, bis auf, wie hast du jetzt... Na, Sonn! Meier auch nicht viel Erfahrung hier in der Kampfmannschaft hat. Mein Grammaritsch hat die Erfahrung noch, sonst hat hier keiner... Erstligist Erfahrung hat da noch ein Abate, ja. Erstliga Erfahrung, wenn man so einen Profi... Richtiges Profi... Erfahrung, der wird nicht so nervös sein, wahrscheinlich wie hier manch andere. Und das ist nochmal so, ja. Und das sind... Diese nicht kaltschössigkeit, das ist... Schausten, die man nicht verwertet, das war es bislang. Das ganz große Manko. Wie auch schon letztes ist es so, eigentlich... Aber... Nur erwischt es uns hier... Etwas härter bislang. Und jetzt... Nadineverteidigung muss ich natürlich auch finden. Ein B-Lig, der eigentlich in die Reserve abgerückt ist, wieder aufgerückt ist... Und das gibt auch eine Lektor. Das gibt auch eine Lektor. Primark. Hatschung. Abwarte... Eince. Schönmeier Abwarte Der eben einer mit dieser Erfahrung ist Und sich da einen Fehler Arbeitet Billig Hat auch vielleicht geschnuppert Schon mit Einsatz bei Arsenal Aber Sicher nicht vom Start an Oh Oh Oh, auch kein kleiner Patzer da gerade. Sonja Abschlussschwach, Sonja hat er, also Abschluss, Sonja nach wie vor der Top 3 hier bei uns. Aber das sind Schüsse, die kann man vergessen, bitte Garnier hat's da mal ordentlich drauf, schießt's mal hin. Ich will mal Schüsse sehen, bitte Leute, bitte, Taylor. So, schön auf Garnier. Und das war's nochmal mit der ersten Halbzeit, nur zu null. Nicht das, was man natürlich erwartet. Ziel ist es, Punkt, Punkte natürlich, Punkte sind das ganz große Ziel, muss ich sagen. Und das war's nochmal mit der ersten Halbzeit. Und das war's nochmal mit der ersten Halbzeit. Ja. Vielen Dank. Oh, shit. Ja? Ja? Nicht. Ja. Gut. Oh, wie schade. Oh, son. 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 Bitte, Leute. Bitte, Konzentration. Wow! So, Williams. Ganz schnell. Jetzt Taylor. Taylor, da zieht er nach außen. Keiner geht wirklich mit. Das ist alles so ungenau. Morgen nochmal rüber, Taylor, zieh ab. Es wird erst einen Dreiwechsel geben, anders gibt es nicht hier. Das gibt's nicht. Was für eine Partie... Ich meine, man ist dran, vielleicht den ersten Punkt zu holen, aber man ist einfach... Noch ein bisschen zu dumm hier, was für die drei Zeder zu machen. Meier stark auf jeden Fall, heute. Das, was wir jetzt mal... Rechnen wir jetzt halt mal nicht. Ja, das war dann abseits. Und jetzt wechsel hin, wechsel hier. Gelbe Karte, Taylor. Taylor, check, tschüss. Sehr stark. Die ist so tapet. Die ist so tapet. Ja, geht schon. Abwarte. 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 Geht in dein Gegen. Hoher Ball auf... Son. 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 Nun Kasten. Neunches. Exeter. City. 10. The referee has indicated, there will be a minimum of two minutes of Ali time. Okay, jetzt. Komm. Das war's. 0-0. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Macht's gut. Ciao. Ciao.